Herzlich willkommen in der Folge des Kurs. Ausbruchmodus. Und weiter geht's. So, einmal kurz Morgenapfel. Einmal hier gucken. Dann Gabel. Schokolade. Also, letzte Folge habe ich doch noch geschafft, da hin und hin zu kommen. Ganz schon Arbeit. Ja, ich brauche eine. Schutz. Holzschütze brauche ich. Hin platzieren. Und dann weiter ein Tunnelzug haben. Was passiert? Was passiert? Keine Ahnung. Das ist die Ahnung von Minan. Auto. Ich muss zur Arbeit. Eins, zwei. Zwei. Eins, zwei. Und die zwei letzte. Die vorletzte. Und die Schacht. Hier hin. Hier hoch. Und eine komplette Erde hier hin. Mädchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann weiter den Tunnel bauen. Und dann ausbrechen. Hier geht meine Schufe kaputt. Einmal. Zweimal. Dreimal. Klebeband. Klebeband habe ich nicht mehr. Klebeband brauche ich. Hier. Gefunden. Dann mache ich mal eine Schaufel. Und dann brauche ich noch ein weiteres Klebeband. Holz. Klebeband. Hier habe ich nichts illegales mehr drin. Rufzeit. Pfeile. Ja, kann man mitnehmen. Dann lege ich hier ab. Dann hole ich die Pfeile. Und hole ich auch mal ein, zwei Metall in mein Lager hier oben. Und weiter geht's. Nächste. Hier ist es. Jetzt kommt der Pfeile. Hier. 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 So, hier und weiter geht's. Hier eine weitere brauche ich. So, und... 1, 2, 3... Dann brauche ich später eine Erde. Dann heißt es, ich kommt hier oben hin. Ich bin tot, ich kann diese Nacht schon ausbrechen. Aber ich möchte schon ein bisschen länger hier bleiben. Ja, typisch. Na ja. So, bin ich gerne mit. Auch sehr gerne mit. Dann pack ich... ...dies mal hier hin. Metall kommt hier hin. Dann... ...mein Schlagschock. Abendessen. Ich würde mal speichern. Los. Ich werde... ...den Öffischer... ...verhauen. Nein, mein Schlagschock. Aber nicht schlimm. Habe ich ihn ja in einen neuen. ...und zwei... ...weiter mit Klebeband. Zwei... ...weiter mit Klebeband. Ich fahr, ich abhau. Ich mach alle Nummer... ...kaputt. Jeder... ...will... ...ärger. Kein Problem. Jeder... ...bekommt seine... ...Knaffe. Habe ich schon verhauen. Habe ich schon verhauen. Dann kommst du... ...hier ran. Nick. Nick. Was hast du dabei? Sehr gerne. Was hast du dabei? Sehr gerne. Rollst du... Moment. Schlaf... Schlaftabriken. Schlaftabriken. Oh, nein, nein, nein. Nein, meine Sachen... ...und ich arbeite. Dann muss ich nur einmal kurz... ...meinen Spilstand laden. Schlaftabriken. Zwei. Zwei. Vier. Und wir werden hier noch keine... ...nor... habe ich noch eine tafel schokolade da habe ich schokolade tasse und feuer die tasche ist am schwarzen nach arbeiten darf ich mal auf sich war nicht schlimm ich habe drei folgen gebraucht 2 oder 3 abend ich arbeite hier schon 3 und 4 kann man eigentlich selber anziehen schade blöse rot steuerraum 14 das habe ich im neuen Zug bekommen anziehsachen nicht so viel 39 40 40 41 ев again 14 45 46 45 46 46 47 46 46 47 49 48 45 48 49 Echt? Ich hab dich nicht mehr genommen? Ok, kaputt. Kann man sich das hier schon einholen? Ja, kann man. Hallo, Mike. So, und ich? Ich hab noch etwas noch. Ich muss meine Scherke verbessern. Oder nicht? 19. Ich hab noch sehr geheirrt. Dann soll ich heute schon ausbrechen, aber eigentlich schön. Die Masse besteht ran. So, gucken. guck guck kann man auf erinnern ja guck wenn ich kann guck guck so ich hab mein Haustrater erfüllt kann man jetzt umziehen und meine Waffe hier hin bekomme ja speichern speichern gut ich werde genug Kumpel ich werde genug afficher 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 hier hin abends 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 speichern dann pack ich rein tot ich brauche das noch nicht mal hinzulegen hier hin hier hin hier hin falls das Schokolade brauche nehme ich mit das nehme ich mit das nehme ich mit und das nehme ich mit das nehme ich mit abends in 2 auf 80 kein problem Dann mach ich mal kurz meine Schaufel, Heile, dann fuhre ich noch meine Energie auf, und dann mach ich das Loch, 1, 2, 3, Uniform, anziehen, so kommt hier hin, und ausbrechen, warte, warte, jetzt, warte, warte, warte! Warte, warte, warte Komm, 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 20 und bin ich aus. Ja, schon und schnell den Gefängnis durchgespielt. Fünf Tage, ja, weiter gehen. Und los geht's. Hier habe ich alles durch. Jetzt kommst du dran. Neues Spiel. Ja, neues Spiel. Hier kurz meinen Namen eingeben. Und weiter gehen. Und spielen. Jede zweite hat eine Kamera. Okay. Was habe ich dabei? Schokolade. Feuerzoll und Tarte. Ja. Es gibt es. So. Messer dreimal. Dann die Gabel. Nehme ich auch schon mal mit. Hier ist Holz. Holz und Metall. Dusche und Linz habe ich gesehen. Vielleicht nicht zusammen. Ich höre links unten. Hier ist. Hinsetzen, Sprint und Spielen. Spielen heißt Elegent. Ich kann das. Auffüllen. Ja, ich komme gut. Den. Oben. Ich fühle ich meinen. Sehr schräg. 40. 25. 10. Gut. 1. 2. 2. Einmal brauche ich noch ein Messer. Hai meister. Eindeutig auch hier. hochgehen. Oder? Ne, geht nicht. Doch geht. Geht nicht. Leider. Zweimal. Und holt. Das muss ich mit. Und das Buch nehme ich auch sehr gerne mit. Dann mache ich... Ein Loch in der Mauer. Okay, er wird schlussartig. Hang one. Außer Einschuhkreuz. Und weiter geht. Und weiter geht. Ja. Dann durchsuche ich die Zellen. Mittagsappel. Metall, Metall. Feuerzeug. Metall, Metall, Feuerzeug. Wurzel. Wurzel. Wurzel, komm weg. Ich fahr da. Und wieder weg. Wie ein Geist bin ich da. Und wieder weg. Und wieder weg. Dann. Und dort. Noch keine Kamera. Heute. Und jetzt. Meine Zelle, Kamera. Hier unten. Klebe. Brauche ich. Wie viel Toilettenpapier habe ich? Da. Kein nichts. Dann verstecke ich es mal. Hier. Hier fahr ich. Hier. Dann dekontieren. Tasche. Booster. Booster. Okay. Ei. Feuerscholl. Schokolade. Aufschüsse. Hofgang. Aufschüsse. 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 Schoom, Ausmachung. Heißt, Opa Dach abhauen. Dieses Mal hoff ich abhauen. War schon Nachtruhe? Ich hab noch nicht mal... Oh, hier ist... Hier ist schon, oder? 62... 67... 68... 44... 44... 50... 80... 70... 45... 68... 85... 48... Aber das war's auch für diese Folge. Tschüss.